So, und um ganz schnell weiterzumachen, Till Kreuzer von iRights und Patrick Bunk von Übermetrics, ja, ich konnte es mir wieder nicht merken, über Text- und Datamining und Verlegerleistungsschutzrechte, wie man, wie die EU europäische Innovationen gefährdet. Und, ja, wer von euch beiden fängt an? Das war ja mal ein nahtloser Umbau. Technik funktioniert, Mikro braucht man nicht. Okay, hallo, ich bin Till Kreuzer von iRights und wir wollen euch jetzt was darüber erzählen, was die EU gerade im Urheberrecht reformiert und was das mit deutschen Start-up-Unternehmen, wie zum Beispiel Übermetrics, das Patrick gegründet hat, zu tun hat. Ich nehme mal an, ja, zielgruppenorientierte Präsentation. Ihr wisst alle so ungefähr, was Urheberrecht ist und was die EU ist und dass es eine Richtlinie gibt, eine neue, die gerade gemacht wird von der EU-Kommission und den anderen EU-Instanzen, Regulierungsinstanzen und das ist unter anderem die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die sogenannte DSM-Directive. Diese Richtlinie ist ein Baustein eines Regulierungspaketes zum Urheberrecht. Da gibt es noch andere Überarbeitung von alten Richtlinien, beispielsweise eine sogenannte Portabilitätsverordnung, wo es um die Frage geht, ob man in Europa das Recht haben sollte, wenn man in Deutschland Netflix-Kunde ist, auch in Österreich Netflix Deutschland gucken zu können und solche anderen Scherzchen. Es ist also ein recht gemischtes Paket, das auch mit einer großen Ambitionierung an den Start gegangen ist. Vor zwei Jahren ungefähr hat der damalige Digitalkommissar Günther Oettinger uns allen bekannt als ehemaliger Energiekommissar und ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der jetzt übrigens für Digitales zuständig ist in der EU oder zuständig war, gesagt, er würde das Urheberrecht grundlegend reformieren und die alten Zöpfe abschneiden und wir würden dann demnächst sozusagen ein Urheberrecht in der gesamten EU haben, was überall gleich ist und so weiter. Da freute man sich schon, dass da ordentlich was kommt. Aus diesem sehr ambitionierten Ansatz ist dann allerdings etwas sehr, sehr Kleines geworden, nämlich abgesehen von diesen anderen kleinen Bausteinen, die noch wesentlich kleiner sind als diese DSM-Directive, diese DSM-Directive, die nach Meinung wahrscheinlich aller Beobachter kein großer Wurf ist und die vor allem, was besonders auffällt, wie es von einem Industriekommissar auch nicht anders zu erwarten gewesen ist, extrem Content-Industrie-freundlich ist. Also nicht generell industriefreundlich, sondern Content-Industrie-freundlich. Das heißt, das ist alles wahrscheinlich ganz gut für Verlage, Musikwirtschaft, Filmwirtschaft etc. Aber zum Beispiel für die Zivilgesellschaft und für die Internetnutzer findet sich da sehr weniges, was irgendwie positiv benannt werden könnte. Ich stelle hier nur zwei Regelungen vor, weil es ja insbesondere um den Kontext und den Konnex zu den Start-ups geht. Das hat aber auch alles viel zu tun mit Internetnutzern aller Arten. Der erste Punkt ist Artikel 3 dieser Richtlinie, da geht es um Text- und Datamining. Weiß jeder, was Text- und Datamining ist oder wer weiß es nicht? Die Hand heben. Okay, das sind nicht viele. Ich mache es daher ganz kurz. Dabei geht es darum, dass man mit automatisierten Methoden, Algorithmen große Datenbestände durchsucht. Das ist natürlich in Zeiten von riesigen Informationsmengen das Mittel der Wahl, um halt Datenanalysen zu machen. Also man kann das Internet durchsuchen mit Crawlern und Analyse-Tools und kann dann eben ganz viele Sachen darüber rausfinden. Big Data und so weiter analysieren geht eigentlich nur mit Text- und Datamining. Das geschieht technisch. Das hat insofern was mit Urheberrecht zu tun, als ganz viele Inhalte, die da im Internet sich befinden, urheberrechtlich geschützt sind einerseits. Und andererseits, als viele Technologien, die Text- und Datamining machen, darauf angewiesen sind, die Datenbestände, also auch die Inhalte einmal zu kopieren. Zumindest einmal zu kopieren, zumindest vorübergehend zu kopieren auf eigene Server, auf eigene Rechner, damit sie dann untersucht werden können. Das ist nicht zwingend und das ist auch nicht in jedem Fall so, sondern aber eben in vielen Fällen. Und wenn man für jeden einzelnen, jedes einzelne Werk, was da einmal kurz kopiert wird, jeden einzelnen Text, jedes einzelne Bild eine Erlaubnis bräuchte vom Rechteinhaber, dann würde Text- und Datamining schlicht nicht existieren, nicht funktionieren können. Das liegt einigermaßen auf der Hand. Und das ist ein großes Thema für die Wissenschaft unter anderem, aber eben auch für die Unternehmen. Deshalb hat die EU-Kommission gesagt, okay, dass man dafür jedes Mal eine Erlaubnis braucht, das kann nicht funktionieren. Das ist genauso wie Suchindexes anzulegen, wenn das Urheberrecht da eine Rolle spielen würde und sagen würde, für jeden Eintrag, der in einer Suchmaschine auftragt, braucht man eine individuelle Erlaubnis, muss man einen Vertrag schließen, dann gäbe es kein Internet, dann gäbe es keine Suchmaschinen. Ja, dazu komme ich gleich später nochmal. Beim Text- und Datamining hat man das also erkannt und hat diesen Artikel 3 vorgeschlagen und gesagt, es soll eine sogenannte Schrankenregelung geben, das ist eine Nutzungsfreiheit, die sagt, zu bestimmten Zwecken dürfen Forschungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen urheberrechtlich geschützte Bestände kopieren, wenn sie denn diese Analysezwecke verfolgen. Das klingt erstmal ganz gut. Es ist gut, dass es so eine Regelung geben soll, weil da ist eine große Rechtsunsicherheit, hat aber auch sehr viele Nachteile, so wie es dann wieder gemacht wurde. Diese Nachteile basieren alle darauf, dass die Wissenschaftsverlage insbesondere gesagt haben, wenn ihr das zu weitgehend macht, zu offen macht, dann gibt es keine wissenschaftlichen Publikationen mehr demnächst. Was natürlich in dieser Pauschalität zumal absoluter Quatsch ist, aber es ist halt so, dass im Moment sehr häufig mit solchen Text- und Datamining-Lizenzen Geld verdient wird. Die Verlage verkaufen das als Geschäftsmodell, als Teilgeschäftsmodell und das wäre danach nur noch sehr eingeschränkt möglich. Also gibt es eine Regelung, die das erlaubt. Die Nachteile dieser Regelung, so wie ich sie eben skizziert habe, liegen auf der Hand. Erstens, da steht drin, Text- und Datamining ist Forschungsinstitutionen erlaubt, Punkt, Punkt, Punkt. Daraus kann man entnehmen, dass A, wenn es nicht Forschungsinstitutionen sind, die Text- und Datamining machen, dass es dann nicht erlaubt ist. Da steht da zwar so ausdrücklich nicht drin, ist aber ein durchaus zulässiger und durchaus nicht unwahrscheinlicher juristischer Umkehrschluss. Und das wäre ziemlich schlecht, weil es nämlich ganz viele Fälle von Text- und Datamining gibt, das ist eine technische Frage, wie das gelöst ist, die überhaupt nichts mit Urheberrecht zu tun haben. Wo zum Beispiel ungeschützte Datenbestände durchsucht werden und kopiert werden oder auch gar nicht kopiert wird. Das könnte sein, dass danach sozusagen weniger Text- und Datamining möglich ist, als vorher, insbesondere wenn es um Einrichtungen geht, die halt privatwirtschaftlicher Natur sind. Wie zum Beispiel solche Firmen wie die von Patrick oder eben auch Datenjournalismus. Die sind darauf angewiesen, Datenbestände analysieren und durchsuchen zu können. Also diese Beschränkung auf Forschungseinrichtungen ist eine ganz schlechte Idee. Und das ist halt, da gefördert werden nur nicht kommerzielle Zwecke. Und dann stellt sich die Frage, wie immer im Urheberrecht, warum ist das eigentlich so? Warum machen die so eine Regel, die so kurz ist, so klein ist? Und warum machen die nicht eine weitergehende Regel? Die Antwort lautet immer, im Urheberrecht ist ein Interessenausgleich herzustellen, eine Balance herzustellen zwischen den beteiligten Interessen. Das leuchtet ja auch ein und ist ja auch gut so. Nur in diesen Fällen ist es so, die Frage ist ja, sollte Text- und Datameinung, egal durch wen, verhindert werden, damit ein winziges Teilgeschäftsmodell von einer bestimmten Gruppe von Verlagen, die daran ein Interesse haben, und zwar ganz besonders die Wissenschaftsverlage, geschützt wird, oder schneidet man sich dadurch nicht ganz viel Innovation ab, die in anderen Teilen der Welt ohne weiteres möglich wäre, nach dem Urheberrechten in anderen Teilen der Welt, so wie in den USA beispielsweise, da gibt es ganz andere Regelungen, sowas wie Fair Use und da ist sowas ohne weiteres erlaubt. Das heißt, wenn Europa sowas macht, dann ergibt sich hier wahrscheinlich ein erheblicher Standortnachteil wiederum, sowohl was die Wirtschaft anbelangt, aber auch was Forschung und Entwicklung anbelangt. Es gibt noch weitere Unsicherheiten da drin. Die Antwort von mir lautet jedenfalls, jetzt für einen Rechtswissenschaftler, aus Sicht der Ausgewogenheit dieses Vorschlags, ist dieser Vorschlag mangelhaft und meines Erachtens schlimmer als gar nichts, vielleicht sogar. Das kannst du ja gleich auch nochmal kommentieren. So, Artikel 11 ist das zweite, der zweite Aspekt, um den es hier geht, die hängen ein bisschen zusammen. Das ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Wer weiß hier nicht, was ein Leistungsschutzrecht, beziehungsweise ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist? Drei Scherzbolde und vier, die es ernst meinen, okay. Okay, ich sag's ganz kurz. Verlage, Presseverlage möchten ein eigenes Schutzrecht haben, das so ähnlich ist wie das Urheberrecht, aber über das Urheberrecht hinausgeht. Sie möchten mit diesem Recht erreichen, dass Facebook, Google und andere Suchanbieter und andere Informationsaggregatoren und die Anbieter von sozialen Medien an die Verlage Geld bezahlen, weil die Nutzer teilweise, also bei den Social Media Diensten, beziehungsweise weil die Suchmaschinen auf die Inhalte dieser Publikationen verweisen. Wir wissen das ja alle, wenn man Google News oder die Google Suchmaschine anschmeißt, dann kriegt man halt Links und unter dem Link ist so ein kleiner Textanreißer mit ein paar Worten, der ganz wichtig ist, um auszusuchen, ob das, wo man da hinklickt, wenn man auf den Link geht, auch interessant für einen ist. Dieses Leistungsschutzrecht für Presseverleger sagt ganz pauschal nur, die Publikationen von Presseverlagen, unter anderem im Internet, sind geschützt. Punkt. Und zwar sind so geschützt, so ähnlich geschützt, wie das Urheberrecht sie schützen würde. Das ist also ein Monopolrecht auf diese Inhalte. Klingt erstmal ganz plausibel, klingt erstmal gar nicht so schlecht und einleuchtend, ist es aber nicht. Denn zum einen ist es so, dass das Urheberrecht diese Publikationen schon schützt, das Urheberrecht der Journalisten, die brauchen das also gar nicht. Und zum anderen ist es so, dass das, dieser über das Urheberrecht hinausgehende Schutz, das dazu führen würde, dass bis zum kleinsten Inhalt, bis zum kleinsten Schnipsel, Snippets genannt, dieses Presseverlegerleistungsschutzrecht gehen müsste, damit das funktionieren kann. Weil die Suchmaschinen und die sozialen Medien, da wird ja nichts anderes angezeigt, als diese kleinen Schnitzel. Und das tut es das Urheberrecht nicht. Das ist jetzt die Begründung dafür, dass es sowas geben soll. Und die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, der weit darüber hinausgeht, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja ein Desasterleistungsschutzrecht für Pressverleger, was nicht funktioniert und niemandem nützt. Das EU-Leistungsschutzrecht folgt der Logik, wenn das national nicht funktioniert und katastrophale Folgen hat, dann machen wir es europaweit. Europaweit, dann funktioniert es und hat keine katastrophalen Folgen mehr. Also ich weiß nicht, ob euch die Logik des Gedankengangs einleuchtet. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Das Problem daran ist, dass sozusagen das gesamte Internet mit einer Schutzschicht überzogen werden könnte. Also alle Publikationen, die auch nur ansatzweise als Pressepublikationen verstanden werden könnten, mit einer weiteren Schutzschicht überzogen werden könnten, die noch weiter geht als das Urheberrecht selbst. Und das könnte zum Beispiel die Linkfreiheit erheblich gefährden, weil jeder Link irgendwie schon ein Stück Text von der Quelle, auf die verlinkt wird, enthält. Fast immer jedenfalls, außer bei gekürzten Links und so weiter. Und wenn das einem Monopolrecht unterworfen werden würde, dann würde das heißen, man könnte im Prinzip gar nichts mehr machen. In Deutschland hat man verhindert, dass dieser massive Effekt eintritt, indem man gesagt hat, diese Bestimmung, die gilt sowieso nur für Suchmaschinenanbieter und Aggregatoren. Auf EU-Ebene gibt es so einen Safeguard, nicht so eine Einschränkung. Auf EU-Ebene heißt es nur, jeder, der das machen möchte, der also eine Pressepublikation in irgendeiner Weise nutzen will, der muss dafür Rechte einholen. Man kann, es ist schwer vorstellbar, was das wirklich bewirken würde. Das ist jetzt der letzte Punkt, ganz kurz. Das läuft gerade, also aktiviert euch, engagiert euch, da ist gerade die heiße Phase im Gange. Und wenn man jetzt da nicht einschreitet, wenn man nicht aktiv wird, dann werden die das durchziehen. Es gibt sehr starke Kräfte, auch im Europäischen Parlament, konservative Deutsche insbesondere und französische Abgeordnete, die versuchen, diese gesamte Gesetzesreform zu kapern. So, ich habe schon zu lange geredet. Patrick. Dankeschön. Was interessiert das jetzt, ein Gründer wie mich, von einem Startup in Berlin? Als das Ding rauskam, habe ich es zuerst nicht so richtig verstanden, habe deswegen nachgeschaut, wie die EU-Kommission dieses Zeug da, dieses TDM definiert. Und die haben reingeschrieben, TDM-Technologien würden es Wissenschaftlern erlauben, aus großen Mengen von Daten halt irgendwelches Wissen zu erlangen. Da dachte man sich, okay, gut, also hier geht es irgendwie um die Wissenschaft. Dann kann man auch mal so auf Wikipedia gucken. Das hat die EU-Kommission leider nicht geschafft. Da würde nämlich stehen, TDM-Verfahren sind alle Prozesse, die höherwertige Informationen aus Texten und Daten gewinnen. Und wenn man sich die zweite Definition anschaut, kriegt man schon langsam ein Gefühl dafür, jeder Algorithmus, der Informationen aus anderen Daten gewinnt, ist ein TDM-Prozess. Und das schreiben die ins Gesetz rein. Was bedeutet das? Ich habe ein paar Beispiele nochmal gebracht. Wenn ihr eine PDF-Datei auf einem Rechner habt, dann könnt ihr die finden, indem ihr eine Volltextsuche auf einem Rechner macht. Damit das funktioniert, muss euer Rechner im Hintergrund diesen Text indexieren. Das ist nach dem Vorschlag der EU-Kommission jetzt eine Urheberrechtsverletzung, wenn du dafür nicht eine extra Lizenz bekommen hast. In jedem einzelnen Fall. Die Websuchen, also sowas wie Google und Co, wären dann natürlich auch Urheberrechtsverletzungen. Das ist ja einfach, ist ja klar, weil Google will meiner Schaden. Sowas wie eine maschinelle Übersetzung. In jedem Fall, in dem ich einen Text übersetze, der dem Urheberrecht unterliegt, wäre das eine Urheberrechtsverletzung, wenn ich nicht extra neben diesem Text, ich habe den Text total legal erworben, ich muss dann zum Verlag nochmal gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne noch eine extra Lizenz, um TDM auf diesem Text machen zu dürfen, damit ich ihn übersetzen darf. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich mit meinem Smartphone, meinetwegen Google Goggles oder was auch immer, den Text übersetzen lasse, begehe ich eine Urheberrechtsverletzung nach dem Entwurf der Europäischen Kommission. Das dachte ich mir jetzt total, aber das können die doch nicht ernst meinen. Aber mit Artikel 11, mit dem Leistungsschutzrecht, wird es noch lustiger, weil dann nicht nur urheberrechtlich geschützte Texte erfasst werden von dieser Regelung, sondern alle Worte, die hintereinander in der Reihenfolge schon mal von einem Presseverleger innerhalb der letzten 20 Jahre veröffentlicht wurden. Und es gab Diskussionen zwischen den EU-Parlamentariern, mit denen ich gesprochen habe, und der EU-Kommission, ob man da vielleicht so eine Untergrenze reinschreiben könnte, weil sonst irgendwie die menschliche Sprache ja irgendwie monopolisiert werden würde. Die EU-Kommission war nicht bereit, sich auf zwei Worte zu einigen. Also nicht mal zwei hintereinander, aneinandergereihte Worte, die so in einem Presseerzeugnis drinstehen, sollen nicht nur das Leistungsschutzrecht fallen. Das heißt, über das TDM wäre in dem Augenblick, in dem ich zwei Worte verarbeite, die hintereinander stehen, die in einem Presseerzeugnis erschienen sind innerhalb der letzten 20 Jahre, könnte der Verlag berechtigterweise eine Urheberrechtsverletzung gelten machen. Das klingt ziemlich albern. Dachte ich auch. Deswegen habe ich mit... Bayern gewinnt. Genau, Bayern gewinnt würde reichen. Oder lustigerweise auch Angela Leerzeichen Merkel. Also ich dachte, die meinen das nicht ernst. Deswegen habe ich mit den Politikern gesprochen im EU-Parlament und die meinen das ernst. Sie wissen nicht so richtig, was das alles ist. Sie denken, Text- und Datamining ist irgendwas, was Wissenschaftler macht und dann versucht man, ihnen das zu erklären und dann sagen sie, ja, aber der Druck der Verlage ist sehr groß. Wir müssen das unbedingt machen. Lustigerweise versucht man ihnen zu sagen, guck mal, was ihr da im Bereich Deep Learning, AI, künstliche Intelligenz macht, das sind übrigens alles Text- und Datamining-Prozesse nach eurer Definition. Die wären dann auch Urheberrechtsverletzungen. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus trainiere in Europa auf Daten, die öffentlich zugänglich sind, die ich sogar legal erworben habe und keine extra Lizenz dafür habe, könnte dann der Verlag später zu mir kommen und sagen, bist du dir sicher, dass in den 100.000 Dokumenten, auf denen du gerade deinen Algorithmus trainiert hast, nicht irgendwie zwei oder drei miteinander angereite Worte drin sind, die wir veröffentlicht haben in den letzten 20 Jahren? Bist du wirklich sicher? Willst du wirklich mit uns darüber über Schadensersatz reden? Spam-Erkennung ist auch ein schönes Beispiel. Spam-Erkennung wäre auch eine Mustererkennung auf Texten, wofür derjenige, der die Mustererkennung auf den Texten macht, nämlich der Spam, derjenige, der seinen E-Mail-Postfach scannen, das keine extra Lizenz von demjenigen eingeholt hat, der ihm die E-Mail geschickt hat. Das heißt, in dem Augenblick ist man da auch in der Situation. Nur mal so ein Beispiel. Nimm mal an, ich würde jetzt einfach die Wikipedia nehmen und würde sagen, okay, Wikipedia, Creative Commons, darf ich benutzen für meine Algorithmen, um Text- und Datamining-Prozesse zu machen. Da kann ich ja keinen Fehler machen. Wir haben in Deutschland dieses lustige Zitatrecht, das heißt, wir dürfen Dinge zitieren, das ist alles cool. Aber das gilt nicht für Maschinen. Das heißt, wenn eine Maschine jetzt quasi Wikipedia-Artikel analysieren würde und da stehen Zitate drin von Presseerzeugnissen oder andere urheberrechtlich geschützte Contents, die irgendwo erschienen sind innerhalb der letzten x Jahre, ich habe bei so ein paar Artikel durchgegangen und nehmen wir einmal an, wir würden nur bei einem Prozent landen, dann könnte man berechtigterweise eine Schadensersatzforderung von 86 Millionen Euro für jeden Aufbau aufstellen, der einen Text- und Datamining-Prozess auf der Wikipedia, auf der englischen Wikipedia durchführt, einfach nur deswegen, weil man Texte analysiert hat, ohne eine Lizenz dafür zu bekommen. Und da sind Zitate drin und die sind jetzt geschützt für 20 Jahre über das Urheberrecht noch weiter. Das Lustige ist, jetzt könnte man sagen, wir werfen alle unsere schlausten Köpfe zusammen und wir bauen einfach eine künstliche Intelligenz, die was schafft, was im Moment Richter nicht schaffen. Nämlich konsistent vorherzusagen, wenn andere Richter einen Text als urheberrechtlich geschützt wahrnehmen werden. Nehmen wir einmal, wir bauen diesen Algorithmus und der könnte einen Text ansehen, das Ding ist urheberrechtlich geschützt und würde sagen, um Gottes Willen, nicht verarbeiten. In dem Augenblick, in dem ich den Prüfprozess ausführe, ist dieser Text urheberrechtlich geschützt, wäre das ein TDM-Prozess. Das heißt, ich hätte eine Urheberrechtsverletzung damit begangen. Das heißt, dieses System ist echt perfide und echt konsistent. Das muss man Ihnen lassen. Was sind die Folgen? Im Endeffekt sind die Folgen, dass jeder, der in Europa sowas wie Suchalgorithmen auf Daten betreibt, der Spamfilter baut und so weiter und so fort, hoffentlich eine Lizenz von jedem europäischen Verleger sich einholt, bevor er das weiter in Europa macht. Wenn man es in den USA machen würde, würden wir unter Fair Use fallen, dann wäre das alles kein Problem. Das Lustige ist, Google und Facebook werden einfach klein, so wie es Google ja auch beim Leistungsschutzrecht schon gemacht hat, werden einfach Pauschalverträge rausschicken und sagen, liebe Verleger, wenn ihr weiter im Internet gewunden werden wollt, gebt uns bitte eine Gratislizenz. Haben sie Deutschland erfolgreich bekommen und werden sie jetzt auch wieder machen. Das heißt, Google und Facebook wird das nicht treffen, egal was die EU-Kommission immer wieder behauptet. KI-Anwendungen wird man einfach nicht mehr in Europa bauen wollen, sondern man wird sie formal in den USA bauen und dann zurück importieren. Das bedeutet leider auch, dass die Steuern dann in den USA fällig werden auf die Gewinne. Und das Krasseste für mich und jetzt vielleicht auch für die Zivilgesellschaft, dass jede Art von Bots, die auf öffentlich zugänglichen Daten irgendwelche, vielleicht für einen selber spannenden Algorithmen ausführen, diesem TDM-Recht unterliegen. Weil es gibt da keine Schranke. Beispiel. Ich würde ein Bot programmieren, der einmal am Tag auf die Seite der Deutschen Börse geht und den DAX-Schlusskurs ausliest und den in Wikidata reinspielt, weil ich einfach eine Zeitreihe bauen möchte. Wäre ein TDM-Prozess, weil die Webseite der Deutschen Börse überrechtlich geschützt ist. Das heißt, einfach dann Text, also Text in einem anderen Text finden oder eine Zahl in einem anderen Text finden, ist ein TDM-Prozess und damit jetzt heute lizenzpflichtig. Wenn ich die Unwetter-Tage via DVD zählen möchte, also via den Deutschen Wetterdienst, würde ich das auch machen. Spiegel-Mining, da gibt es einen sehr schönen Vortrag, den ich mir empfehlen kann vom Chaos Computer Club letztes Jahr. Kongress wäre natürlich auch verboten. Ganz klar. Das heißt, Schlussfolgerung, wir sind gerade in einer absurden Situation, dass alle Politiker, mit denen wir reden, sagen, entweder A, sie haben keine Ahnung oder B, der Druck der Verlage ist so groß, dass sie das durchwinken müssen. Und wir haben keinen gefunden, der sagt, ich stehe da inhaltlich hinter. Sie sagen aber alle, sie müssen das jetzt durchziehen. Und wir sind jetzt in der Situation, dass am 10.10. im Jury-Komitee im Europäischen Parlament darüber abgestimmt wird. Und insofern, jeder Druck auf europäische Parlamentarier ist höchst willkommen, um den Leuten zu erklären, wir alle brauchen TDM-Prozesse, weil wir mögen keine dummen Computer. Ja, super. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Ergänzung dazu. Ihr sitzt jetzt hier und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Urheberrechtler werden vielleicht sagen, ja, ob das wirklich so stimmt, ja, muss man mal den Text analysieren und so weiter. Das Problem allein schon entsteht dadurch, dass Patrick und seine Firma darauf angewiesen ist, zu wissen, wie das gemeint ist. Und wenn das eine mögliche Auslegung von diesen neuen Regelungen wäre, was da drin steht, ja, wenn tatsächlich jede Art von Datenanalyse auf einmal TDM wäre, die dann, wenn es nicht eine Forschungsinstitution ist, die das zu nicht kommerziellen Zwecken macht, unter einen Erlaubnisvorbehalt gestellt würde, also wofür man eine Lizenz braucht, dann wäre diese Rechtsunsicherheit allein für die neuen Unternehmen, für diejenigen, die was Innovatives, Kreatives machen wollen, die noch nicht die ganz Großen sind, eine absolute Katastrophe, weil man kann sich ja vorstellen, wie das abläuft. Ich würde jetzt die tolle neue Suchmaschine erfinden und ich gehe damit zu irgendwelchen Investoren und sage, ich brauche Startup-Kapital für meine Firma und dann werden die sagen, ja, aber da ist doch dieses neue EU-Gesetz gerade im Angang, was bedeutet das denn für euer Geschäftsmodell? Und meine Antwort wird lauten, ich habe keine Ahnung. Meine Antwort wird lauten, in zehn Jahren wird der Europäische Gerichtshof vielleicht endgültig entschieden haben, was das bedeutet, aber vorher weiß das niemand. Und was wird der Investor dann sagen? Ja, dann such dir doch mal jemand anders, der da Geld wegwirft, weil das Risiko, was wir da eingehen müssen, ist viel zu hoch. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus